Ich reise dorthin. Okay, ich warte. Ich habe ein Kopfgeld, was irgendwie voll nicht wert ist, aber ich muss auf jeden Fall vor Wachen aufpassen. So, geht. Dann reiten wir los. Ich weiß nicht wohin, aber wir reiten los. Zurück in die Stadt. Erster Gegner rechts. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Gutes Teamwork. Yay. Ich werde jetzt einfach nur lachen, wenn das nur eine Quest ist zum Abgeben. Nein, ich glaube nicht. Also. So, die nächsten Gegner. Dein Gegner, leider. Die drei. Die drei! Die drei! Die drei! Ich werde doch gleich den einen halten gehauen. Oh, Kürbis. Kürbis. Wir hauen auf den Kürbis, bis er mürb ist. Nein, weil er mürb ist. Warum sind da so viele Mistmietzen? Fragte die Mietze. Oh, wir haben eine Schriftrolle gefunden. Ja, das will ich auch gleich. Komm rein, bring Glück herein. Was? Glück. Beglück dich selber. Nein, auf das habe ich jetzt keinen Bock. Ich meine, diese fallen Leute. Zumindest kann ich das nur auf-game machen. Halt, 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 halt. Oh. Hallo, ihr Gegner Schattis. Na, heute schon? Okay. Oh. So, äh, ja. Nächster Punkt ansteuern. Und jetzt dann hoffen Asche. Viel zu viel Ektoplasma. Ach, genau. Das geht ja gar nicht. Nee, nee. Die müssen unbedingt die Ghostbusters rufen. Die haben definitiv ein Geisterproblem hier. Ach, jeje. Immer diese Pans. Jee! Ghostbusters! Ich glaube, heute hast du Außenreise weniger als ich geschlafen. Hm, nope. Ich weiß noch nicht, was da drinnen ist, was ich da gerade bringe. Der Zucker tut dir nicht gut. Ich hatte so ein Ex-Classic. Ja. Wir wuchsen zusammen in Sehnschal auf. Jakur kümmerte sich um Vahara. Ich habe so einen Quellwald. Wie im Leben bekämpfte er die Sklaventreiber. Sie brachten Vahara in die Minen. Und Jakur nach hier unten. Vahara erfuhr, dass Jakur einen Aufstand anstiften wollte. Er tat all das, um wieder bei Vahara zu sein. Das... Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Äh, ja. So. Ähm. Jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Äh, wir haben keine Quests mehr. Das stimmt nicht. Wir haben noch einer? Ja, mir ist da ein Quests aufgefallen. Na dann... Bring uns... Warte mal. Dann bring uns hin. Wenn wir noch einer haben. Was ist das? Warte mal, ich muss noch auf F drücken. Mhm. Okay, wo ist das? Moment. Jot. Turmfeld... Das ist bei Horgons Yachtturm. Turmfeld... Das ist bei Horgons Yachtturm. Die fehlenden Prophezeiungen, meinst du? Nein, das ist Sturmhafen. Der... Bewahrter Grund, gell? Ja. Gut. Und wo ist das in der Nähe? Das ist ja ganz weit weg. Ah, da ist aber eh ein... Das ist der Wegstrand von Horgons Yachtturm in der Nähe. Ja. Ja, dann fahr mal hin. Füll ich mal hin. Horgons Yachtturm. Nein, das ist 100. Däpfelschlag. Wie immer. Das Problem ist, wenn ich es richtig mache, wie es gehört, nimmt es die Kamera verkehrt um auf. Ahhhh. Tja. Ich kann es auch nicht aufnehmen. Dann reiten wir los. Dann reiten wir los. Ja. Bin voll deiner Meinung. Wenn ich nicht da wäre. Bis spät. Gut. Gut. So. Ich war Meisterfreiheit und ein bisschen zu helfen. Ein bisschen. Fröhlich halt. Yay, Spider-Man ist da. Spider-Man, Spider-Man. Wo hast du eigentlich diese Gewässer aufgegabelt? In dem Dorf, als wir dort waren. Ah, da hat es noch eine gegeben. Okay. Ich habe noch zwei... Du kannst mich mal. Oh, verdammt. Du hast noch zwei erst. Diese einst furchtbaren Lande sind nur noch Arscher und Stau. Meine Holde Edwina muss sich für mich schämen. Ich bin ein schlechter Beschützer. Ich glaube, es sind viele meiner Männer abgeschlachtet. Selbst meinen ältesten Sohn musste ich dem Feuer übergeben. Und jetzt ist auch noch Pjorek, mein jüngster Sohn, verschwunden. Beim Trollblut. Diese kleinen Ungeziefer sind eine echte Plage für uns. Mein mittlerer Sohn Gar führt die Suche nach Pjorek westlich der Halle an. Geht und helft ihm seinen verschwundenen Bruder zu finden. Und diesen spricht mit meinem Sohn Gar, außerhalb des Herrenhauses. Bietet an, bei der Suche nach Pjorek behilflich zu sein. Ich könnte es nicht ertragen, einen weiteren Sohn zu verlieren. Ich wurde vor einigen Jahren während der akavirischen Invasion von Steinfälle im Kampf verwundet. Ein süßes Wesen namens Edwina pflegte mich wieder gesund. Obwohl ihre Familie sie enterbte, heirateten wir ein paar Jahre später. Sie hat viel für unsere Liebe aufgegeben. Viele dieser Milchtränke halten es für Ketzerei, wenn Dunkelelfen in ein anderes Volk einheiraten. Als ob es die drei kümmern würde, wen wir lieben und wofür wir leben. Trotz dieses Hasses sind Edwina und ich standhaft geblieben. Unsere Liebe und unser Land haben alles überdauert. Bis heute. Diese Bestien und ihre Käfer nisten in den Bergen nördlich von hier. Sie kriechen an der Küste entlang, fangen Fische und besetzen Höhlen. Sie haben die Höhlen entlang der Küste als Versorgungsposten für ihre Landetruppen genutzt. Doch dabei vertrieben sie die Goblins und töteten deren Spinnenköniginnen. Jetzt suchen diese Bestien nach neuen Revieren und sie versuchen uns unserer Heimat zu berauben. Okay, ich habe die Quest schon bekommen und du bist auch gerade da. Ja. Dann reden wir mit Hilfe von dem Ehrenhaus? Mit Gar. Mit Gar. Nun? Ich hatte Werren. Wo ist Gar? Unten. Ist er gar nicht. Lass uns aufgaren. Die Goblins sind gnadenlos. Sie verspüren weder Mitleid noch Reue noch Furcht. Und sie kämpfen bis zum Tod. Ihr wollt helfen? Dann geht raus und tötet ein paar von diesen dreckigen Goblins. Oh verdammt. Acht Goblins töten! Yay! Goblins töten! Was ist das wohl, dass ich alle hergekommen? Was ist das? Ich komme nicht auf den Weg. Was war's? Ansonsten. Was ist das? Halt. Das Penso. Was ist das? So, ich glaube, ich bin bei dir in den Ding reingerutscht, in den Kampf, den du mir da quasi dagelassen hast. Gut möglich. Ich habe aber, lustigerweise, ich habe ihn geschafft. Ja, das Problem war, dass ich von allen Gegnern errascht wurde. Und die Magiewesen, auf die ich ja eigentlich setzen muss, dann plötzlich nicht mehr da waren. Okay. Aber dadurch, dass wir die Ghost geteilt haben, haben wir es gerade fertig gemacht. Haben wir es gerade fertig gemacht, ja. Lasst mich in Ruhe, du... Ach, du wahn. Ah ja, Quest abgeben. Euer Angriff gegen dieses Ungeziefer war heldenhaft. Ihr habt sie den Tag bereuen lassen, als ihre stinkenden Höhlen verließen. Wir haben Schwierigkeiten. Eure Ablenkung hat Wirkung gezeigt. Und Gar hat sich auf die Suche nach seinem jüngeren Bruder gemacht. Das sind die guten Nachrichten. Die schlechten sind, dass die Goblins sich für einen letzten Angriff auf unser Jartum sammeln. Schnell, lauft zu Choga und warnt ihn. Ah ja, okay. Oh, wo bist du denn da? Ah, ich bin auf dem Weg zur Hoga. Oh. Also du gehst gerade bei der Tür rein und ich stehe... Okay. Undres redet nur noch von euch. Von mir aus darfst du gerne mit uns allen reden. So, hallo mein Freund. Was gibt es Neues von meinen Söhnen? Ist Bjorik zurückgekehrt? Krieger, zu mir! Sichert die Halle und schützt die Unschuldigen! Verteidigt die Feste! Das klingt nicht gut. Denn ich habe jetzt keine Ahnung, was man tun müssen. Darunter laufen. Darunter laufen. Und wahrscheinlich... Und wahrscheinlich brügeln. Ja. Warum? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Okay. Okay. Trotz des Danks sind es gerade riesenlich viele Mitspieler da. Das sind keine Mitspieler. Ne? Nein, das ist ne KI. Das sind drei KI. Trotz des Danks sind jede Menge KI da. Auch mit Azo. Oh Gott. Okay, was ging da bitte nicht? Findet gar. Er läuft weg. So. Mal Boss looten. So, ich sag's dir ungern. Wir haben nur noch knapp zwei Minuten. Dann gehen wir das Quest ab und dann sind wir aus. Was heißt, du sagst das mir ungern? Sag das deinen Zuschauern. Die kriegen davon nichts mit, weil da schneide ich es eh zusammen. Da schneide ich die Gesand-Aufnahme eh auf drei Parts runter. Diese armen Säcke. Okay, Simon. Das ist ja auch für dich positiv, ne? Ne. Oh, du schaust nicht so gesund aus. Okay. Wenn ihr gewischt worden, findet ihr sie wahrscheinlich in einem dieser seidenen Gefängnisse. Spinnencocons findet ihr am Strand östlich des Gutshauses. Seht dort nach. Zeigt keine Gnade gegenüber diesen feigen Goblins und ihren Haustieren den Spinnen. Okay. Familienrache ist die nächste Quest, die wir also angehen. Mhm. Dann. Ja. Ganz kurze Bestandaufnahme noch. Bevor wir jetzt hier abdrehen. Wie viele Quests hast du jetzt noch offen? Einen riesigen Haufen, aber nicht in Steinföller. Mhm. In Steinföller habe ich jetzt nur Familienrache und was ich so sehe, haben wir eigentlich die Quests von jeder Ortschaft bereits schon gemacht. Also, ja, die, die halt für uns relevant ist. Vielleicht, ähm, vielleicht, ähm, unorthodoxe Taktiken, das ist in, äh, wie heißt das, kleine Füscholder? In Balfoyan. Oder? Oder? Nein, warte mal. Einen Moment. Ah doch. Also, das ist ja auch unorthodoxe Taktiken. Das ist in Balfoyan, aber, äh, ja, wir müssen dann leider langsam noch das schauen. Mhm. Und dafür sind wir noch etwas zu niedrig gelevelt. Nein, nicht wirklich. Und doch. Aber ich habe auf jeden Fall noch offen einen Totenkopf hier. Ja, und solange wir den nicht besiegt haben, sind wir zu niedrig gelevelt. Naja, auf jeden Fall können wir noch mal schauen, was sich nach der Familienquestion noch ergibt. Ja, wie gesagt, wir werden also auf jeden Fall noch mal ein Part drehen, bevor wir dann das große Dungeon rein, uns reinhauen. Auch wenn es vielleicht ein etwas kürzerer Part ist, eventuell. Ich verbleibe, ich bedanke mich mal für die Gesamtaufnahme. Ja. Ganzartig. Und ja, wir verbleiben als euer Gaming Dragon und als euer Lung. Ja. Im heißen Fario. Für diese Gesamtaufnahme. Hallo, meine lieben Freunde, das war es von Elder Scrolls Online. Und dieses Mal, ich muss sagen, das war so eine Missing-Folge. Die habe ich auf meinem Rechner gehabt und vergessen hochzuladen. Es tut mir leid. Jetzt kommt sie. Danke an den lieben Lung, der mir das immer let's playt. Und ihr findet ihn natürlich unten in der Videobeschreibung, wie immer. Auch unten in der Videobeschreibung der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part.